Hallo und herzlich willkommen. Jetzt haben wir den Beweis, die Amerikaner haben die Nord Stream Pipelines gesprengt. Das habe ich nämlich so im Internet gelesen. Das geht gerade herum. Wir gehen auf den gerade weit herumgereichten Artikel von Seymour Hersh ein, betreiben ein wenig Quellenkritik und schauen uns mal an, was er da eigentlich geschrieben hat und versuchen das Ganze zu bewerten. Was Sie hier sehen, ist der Artikel. Ich werde ihn Ihnen verlinken, dass Sie ihn selbst lesen können. Das ist von Seymour Hersh. Zunächst gehen wir quellenkritisch natürlich einmal darauf ein, wer ist diese Person eigentlich. Da hilft am schnellsten, nicht gerade am seriösten, aber am schnellsten hilft er bei Wikipedia. Und hier sehen wir, er ist ein Urgestein des amerikanischen Journalismus. 85 Jahre alt, hat unter anderem das Massaker von Mylai aufgedeckt, war beteiligt an der Aufdeckung des Folterskandals in Abu Ghraib. Also jemand, der viel Meriten hat, große Meriten hat, groß sich was verdient gemacht hat in der Aufklärung von Kriegsverbrechen, von geheimen Aktionen der US-Regierung oder vertuschten Aktionen, hat auch den Pulitzerpreis gewonnen. Also es ist nicht irgendjemand, nicht irgendein Hans Wurst. Das ist schon mal wichtig, denn wenn wir uns irgendeinen Artikel aus dem Internet anschauen, dann wollen wir natürlich erst mal wissen, wer ist diese Person, die das macht. Und wenn das Klaus Kunze mit fünf Lesern macht, auf seinem ersten Blogbeitrag, ist es natürlich ein bisschen was anderes, als wenn es eine renommierte Person macht. Und Seymour Hersh wirkt doch wie ein renommierter Reporter. Das heißt, zunächst einmal sollten wir es ernst nehmen, was er schreibt. Er schreibt also hier, um das kurz zusammenzufassen, die Amerikaner waren klar, sie müssen die Pipeline ausschalten, erst recht, wenn es zum Krieg kommt. Und dann haben sie hin und her überlegt, ob man es mit U-Booten machen könnte oder wir könnten Bomben abwerfen von Flugzeugen, die sozusagen herabtauchen und dann die Pipeline sprengen. Und schließlich hat man sich darauf geeinigt, dies mit Tauchern zu machen, weil das in Tauchtiefe sei von Spezialtauchern der US Navy and Diving Salvage Center. Denn das Entscheidende dort sei, dass die anders als wenn es die CIA macht oder wenn es die Special Operations macht, also SEALs oder irgendwas, müssen die Taucher dort nicht vor ein kleines Kongresskomitee. Denn Operationen der Spezialkräfte müssen mit einem Komitee berichtet werden. Diese Taucher müssen das nicht. Das heißt, es kann vor dem Rest der Regierung, das kann vor dem Parlament etc. geheim gehalten werden. Der Plan war also der, sie tauchen runter im Rahmen einer Übung, wo auf Wunsch der Amerikaner auch Tauchübungen ein Teil waren. Das heißt, man hatte ein gutes Argument, wieso man dort taucht. Die sind von einem, die tauchen runter, bringen C4, also Plastik-Sprengstoff-Hohlladungen an, die eine Betonkoppel haben. Die sprengen die Pipelines und dann hat man sich entschieden, man macht einen Zeitzünder dran. Und dieser Zeit, nicht Zeitzünder, sondern ein Funkzünder, wenn Sie so wollen, eine Fernauslösung. Und die Fernauslösung wird ausgelöst durch eine Sonarboje, die eine besondere, spezielle Frequenz sendet, sodass auf Wunsch erst diese Sprengladung platzieren. Das Problem dabei war, sie mussten die Norweger involvieren und die Norweger hassen die Russen so weit, dass sie bei allem mitmachen. Also liefen die Taucher, kamen von einem norwegischen Boot aus, wurden die ausgesetzt und die Sonarboje wurde sogar von einem norwegischen Patrouillenflugzeug abgeworfen. Das ist es, was er sagt. Hier haben wir nur das erste Problem. Er bezieht sich auf eine einzige anonyme Quelle. Er hat nichts an Beweisen. Ich hätte Ihnen jetzt gerne gezeigt, hier und dort haben wir dieses und jenes Dokument. Das sagt uns dieses und jenes aus. Er hat eine einzige Quelle und die ist anonym. Wir haben jetzt, mit Simo Hirsch haben wir jetzt keinen Vollidioten. Wir würden erwarten, dass er die Quelle, die er überprüft, die zu ihm kommt, dass er die überprüft. Das heißt, wenn Sie ihm jetzt eine E-Mail schreiben, dass er nicht einfach Ihnen an den Lippen hängt, sondern wissen will, wer Sie sind, das überprüft, um sicherzustellen, dass Sie jemand sind, von dem so eine Aussage glaubwürdig ist. Das gibt uns ein paar Optionen. Erstens, das war ein hoher Beteiligter vielleicht, der aus irgendeinem Gründen schlechtes Gewissen bekommen hat, deswegen zu Simo Hirsch gegangen ist, ihm die gesamten Dinge genannt hat, obwohl die geheim waren, obwohl er sich damit möglicherweise Strafverfolgung aussetzt, vielleicht weil er ein schlechtes Gewissen hat, obwohl das Ganze, wie es hier genannt war, sogar auch ein Kriegsakt gewesen wäre. Also er hatte hier sozusagen böse Handlungen, der vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt hat und hat es ihm genannt. Das ist eine Option. Das heißt, diese Option, die erste Option wäre, es stimmt. Was wir noch nicht bedacht haben, ist, dass theoretisch dieser Block hier auf Substack, dass der eine Fälschung sein könnte. Wenn wir jetzt hier mal schauen, da können wir jetzt mal live überprüfen, wenn wir hier draufklicken, sehen wir, dass es lediglich diesen einen Post gibt und das war's. Das heißt, sofern wir nicht wissen, dass das hier wirklich von Simo Hirsch ist, das ist nämlich das erste Problem. Ist es wirklich von Simo Hirsch oder ist es nur gut geschrieben? Das könnte jetzt schon das erste Problem sein, dass es irgendjemand, der sich das ausgedacht hat und in der Woche sagt, Simo Hirsch, ihr habt mitbekommen, ich soll hier was veröffentlicht haben, ich war das gar nicht. Denn soweit ich das sehe, ich bin jetzt kein Substack-Experte, aber soweit ich das sehe, gibt es ausschließlich zwei Beiträge, dieser jetzt und der, wo er sagt, warum er auf Substack ist und der ist zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht worden. Also die erste Option ist, das Ganze ist eine komplette Falschaktion von irgendwelchen Trolls, vielleicht in irgendeinem Geheimdienst, von wem auch immer. Das ist gar nicht Simo Hirsch. Option zwei ist, es ist Simo Hirsch. Er hat mit jemandem gesprochen, den er verifiziert hat als glaubwürdige Quelle. Wir können leider nichts überprüfen, weil er uns keinerlei Informationen gibt. Er weist selbst darauf hin, dass alle Regierungen, jeden, den er gefragt hat, hat gesagt, nö, ist völliger Unsinn, Fantasie, stimmt alles nicht. Die einzige Person, mit der er gesprochen hat, die er namentlich nennt, die nicht Aussage verweigert hat, ist irgendjemand, mit dem er über theoretische Möglichkeiten gesprochen hat, so etwas durchzuführen. Also nur ein Fachberater, wenn man so will. Option, also zurückzukommen, Option eins ist gar nicht, Simo Hirsch ist unwahrscheinlich. Das würde ziemlich schnell rauskommen, dann reden wir in der Woche drüber oder dann reden wir nicht mehr drüber, dann ist rausgekommen. Option zwei ist, Simo Hirsch hat mit einer glaubwürdigen Person gesprochen, die aus welchen Gründen auch immer ihm die Wahrheit gesagt hat. Option drei ist, Simo Hirsch hat mit jemandem gesprochen, der aus irgendwelchen Gründen glaubwürdig erschien, aber ein Kasper war, ein Troll, ein was auch immer, ihm eine glaubwürdige Geschichte erzählt hat. Denn wenn Sie das durchlesen, wie gesagt, ich verlinke es Ihnen, das ist glaubwürdig. Das ist eine schöne, fortlaufende Geschichte, so kann es gelaufen sein. Das wäre Option drei und Option fair wäre dann logischerweise eine entsprechende Informationskriegsführung, beispielsweise des russischen Geheimdienstes. Denn wenn das jetzt für voll genommen wird, dann haben die USA de facto einen Kriegsakt durchgeführt und das sollte eigentlich die Beziehung zu ihren Verbündeten etwas schwächen. Das ist ein Hauptargument gegen eine amerikanische Beteiligung, dass es so riskant wäre, dass sie ziemlich dumm wären, es zu tun. Sofern nicht alle Beteiligten, alle Nationen beteiligt waren. Und Simo Hirsch sagt, die Norweger waren beteiligt, die auch dann noch davon profitieren, wenn ihr Gas teurer verkauft wird. Die Dänen waren nicht beteiligt, die Schweden waren nicht beteiligt. Da hat man nur irgendwo mal wohl auf irgendeiner Ebene gesagt, wir tauchen da übrigens. Aber nichts von wegen Anschlag. Und die deutsche Regierung war nicht mitbeteiligt, denn er spricht davon, die Deutschen, Scholz war mit an Bord. Aber ich interpretiere diese Stelle so, dass er sagt, Scholz war mit an Bord in Bezug auf Russland in der Vorbereitung des Krieges, dass Deutschland sich bewusst auf Seiten der Amerikaner gestellt hat, um den Krieg abzuwehren. Nichts mit Nord Stream. Das heißt, das sind die vier Optionen, die ich jetzt sehe. Dieser Block ist nicht echt. Simo Hirsch hat einer echten Quelle aufgesessen. Dann stimmt die Geschichte. Quelle 2 ist, er ist irgendjemand in einem Scharlatan, einem Betrüger aufgesessen, hat seine Arbeit nicht gemacht. Quelle 4 ist, das war vielleicht der russische Geheimdienst, der das macht. Schauen wir uns mal weiter an, was wir noch über ihn finden. Ich habe jetzt einfach mal nur geschaut, die ersten Artikel, weil inzwischen die ersten Artikel natürlich auch auftauchen. Hier sehe ich auf Tifchis Einblick, macht man gute Arbeit und da wird dann alles erwähnt. Auch, dass er legendär sei. Aber hier heißt es dann am Schluss, auch das werde ich Ihnen verlinken, in den vergangenen Jahren sollen sich aber einige seiner Berichte als falsch herausgestellt haben oder konnten nicht durch Dritte verifiziert werden. So berichtete er in der Folge der Tötung Osama Bin Ladens, dass dieser nicht frei in Pakistan gelebt habe, sondern Gefangener des dortigen Geheimdienstes gewesen sei. Auch berichtete er 2017, dass ein Giftgasangriff der syrischen Regierung tatsächlich ein Unfall in einer Chemiefabrik gewesen sei. Ein Bericht, der von einer Untersuchung der Vereinten Nationen und anderen Journalisten als falsch bezeichnet wurde. Ich glaube, vorher wird auch noch darauf eingegangen, dass andere Quellenfachleute, nee, das war hier, das ist in dem anderen Artikel von 20 Minuten CH, das unter anderem Elliot Higgins von Bellingcat sagt, nur eine Quelle taugt nichts. Der H.I. Sutton, der hier ein paar Mal am Rande erwähnt wurde in Bezug auf Marinesachen, der sagt ebenfalls, dass das nicht besonders glaubwürdig sei. Und hier heißt es dann unter anderem, in den letzten Jahren wurde er auch wiederholt als Verschwörungstheoretiker kritisiert. So berichtete Seymour 2015 von einer Verschwörung im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien. Die oberste Führung des Pentagons soll die amerikanische Regierung absichtlich hintergangen haben, indem sie die Bemühungen der USA zur Unterstützung der syrischen Rebellen sabotierte und sogar US-Geheimdienstinformationen an den syrischen Staatschef Bashar al-Assad schickte. Also das Pentagon habe die Regierung betrogen. Laut Seymour ging die US-Militärführung vom Herbst 2013 bis September 2015 ein Geheimnisbündnis mit Assad und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein. Ziel soll die Bekämpfung der Terrororganisation ISIS gewesen sein, Hirsch verurteilte und so weiter und so fort. Das sind jetzt noch weitere Informationen, die wir haben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen Folgendes sagen. Die Geschichte ist glaubwürdig geschrieben. Aber achten Sie auf meine Wortwahl. Glaubwürdig geschrieben. Das heißt nicht, sie ist glaubwürdig. Sie ist schön geschrieben. Er ist ein hervorragender Autor. Das merkt man in jeder Zeile, die er schreibt. Er kann wunderbar schreiben. In dem Fortgang, in dem Ablauf ist er glaubwürdig. So kann es passiert sein. Eindeutig. Das Problem ist, er hat eine anonyme Quelle und nur eine. Er hat in den letzten zehn Jahren wegen fragwürdiger Berichte aufgefallen, die nicht zu seiner früheren Arbeit gepasst haben. Und die anderen Fragen wären, warum veröffentlicht er das auf Substack? Warum macht er das nicht? Warum hat er das nicht der New York Times verkauft? Warum hat er das nicht Fox News verkauft? Warum hat er das nicht irgendeiner Zeitung verkauft? Warum packt er das auf Substack, wenn es eine seriöse Arbeit ist? Hier könnten wir wieder zurückkommen zu der Frage, ist das überhaupt, Sie merken? Sie merken, ich kann Ihnen hier keine Antwort liefern. Ich weiß, die russlandfreundlichen Kommentare, die Kommentatoren wird es nicht interessieren. Die von Ihnen, die wissen wollen, wie es realistisch einzuschätzen ist, denen muss ich sagen, ich kann es aktuell nicht sagen. Wir versuchen in einer solchen Geschichte herauszufinden, woher kommen die Informationen und wie glaubwürdig sind die Quellen. Das kann ich nicht. Er gibt uns keine Belege, er gibt uns keine Punktsprüche, die abgehört wurden, dass wir irgendwie, sei es Transkriptionen hätten, die wir wenigstens auf, im Jargon auf Glaubwürdigkeit überprüfen könnten. Wir haben keine mitgeschnittenen Telefongespräche, die wir anhören können. Wir haben keine E-Mails, wir haben keine Dokumente, wir haben kein, wir haben nichts. Wir haben keine Person. Er sagt noch nicht mal General, so und so ist mein Zeuge und der Zeuge, dieser General sagt wenigstens, ja, ich habe es zu, ich gebe es zu, ich war es. Er nennt eine anonyme Person, die rein theoretisch nicht einmal existieren könnte. Dazu müsste man ihm aber vorwerfen, mit ihm sei die Fantasie durchgegangen. Wie dem auch sei, wenn kritisch, können wir sagen, wir können es nicht kritisieren, es ist nicht überprüfbar. Damit kann die Geschichte stimmen. Sie kann auch völlig erfunden sein. Jetzt zu sagen, wahrscheinlicher ist das eine oder das andere, ist schwer zu sagen, weil da dann auch eine persönliche Bewertung mit reinfließen würde. Sagen können wir, also um das nochmal zusammenzufassen, wenn Sie noch hier sind, wenn Sie mir noch zuhören, denn ich rede ja jetzt schon eine ganze Weile, was schauen wir mal hier, 12 Minuten, 13 Minuten, gut, ist noch nicht so lang. Aber das Problem ist, wir können nicht überprüfen, woher er seine Aussagen hat. Das ist nicht überprüfbar. Das bedeutet, wir können auch nicht sagen, es ist richtig oder es ist falsch, es ist gelogen. Und das macht es schon mal sehr, sehr schwer und ein Stück weit halt auch nicht wirklich zitierfähig. Das ist erst mal nur eine richtig tolle Geschichte. Und diese tolle Geschichte lebt alleine von der Reputation des Autors. Das ist alles, was an dieser Geschichte überhaupt eine Glaubwürdigkeit gibt. Nehmen Sie diesen Artikel und packen Sie den auf einen WordPress-Account, der ebenfalls vor 14 Stunden erst erzeugt wurde, aber einen willkürlichen Namen hat oder einfach eine Zahlenkette 578x35s. Dann geht das herum in irgendwelchen Telegram-Kanälen, die nach Argumenten suchen, um ihre Ansicht zu bestätigen, aber nicht an der Realität interessiert sind, der Rest ignoriert ist. Aktuell lebt alles alleine von der Reputation von Seema Hirsch. Das ist alles, was existiert. Alleine seine Reputation als Pulitzer-Preisgewinner, als Milai-Aufdecker, als Abu Ghraib-Aufdecker. Damit würde es in die Tradition von ihm passen. Das gibt dem Ganzen ein Stück weit Glaubwürdigkeit. Das würde auch bedeuten, wenn ich jemand bin, der ein schlechtes Gewissen hat, würde ich wahrscheinlich zu Seema Hirsch gehen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Taucher an der Marineschule wäre und hätte die Bombe gelegt oder ähnliches und ich würde mir denken, das kann doch nicht sein. Und ich habe Angst, Amerika wird jetzt in den Krieg gezogen oder sowas. Gerade unter dem rechten Spektrum in den USA gibt es ja gewisse Stimmen, so im Sinne von, lasst uns die Ukraine aufgeben, denn wir haben keinen Bock auf Krieg mit den Russen und was interessiert uns die Ukraine. Vielleicht tickt er so und war aber beteiligt und hat jetzt ein schlechtes Gewissen und denkt, er kann damit irgendwas verändern. Das zum Beispiel wäre eine glaubwürdige Person, wenn der irgendwie belegen könnte, dass er da beteiligt gewesen wäre, was wahrscheinlich nicht möglich ist. Aber so in der Hinsicht. Also das Problem ist, wie gesagt, und mein Problem ist natürlich, dass ich kein Skript habe. Das heißt, ich rede hier so ein bisschen vor mich hin. Ich hoffe, Sie sind noch da. Es lebt alleine von der Reputation von Seymour Hersh, der früher eine große hatte, der eine glaubwürdige Person ist, um ihn zu adressieren, dessen Reputation allerdings zuletzt mit Nachrichten gefährdet war, die ich ihn beschädigt wurde, die ich ihn genannt habe, wo klar mit ihm die Fantasie durchgegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Wo er klare Sachen gesagt hat, die durch nichts zu belegen waren, wo es keinerlei Hinweise gibt, ja, die sogar durch glaubwürdige Untersuchungen denen widersprochen wurde, wo er also aufgrund von anonymen Quellen Falsches geschrieben hat. Das ist das Gegenargument, was natürlich an seiner, an der Geschichte nagt. Denn wie gesagt, die Geschichte lebt alleine von seiner Reputation und um zurückzukommen und langsam zum Ende zu kommen, versuche ich nochmal das kurz zusammenzufassen. Wir haben keinerlei Belege. Es ist nichts überprüfbar. Es kann, es lebt alleine von der Reputation eines früher, eines frühen Titanen des investigativen Journalismus, der bedauerlicherweise in den letzten zehn Jahren einen sehr starken Verfall erlitten hat. In einiger seiner Qualität, was nicht bedeuten muss, dass er da nicht recht gehabt haben kann. Um es also zusammenzufassen, was sind die möglichen, die wahrscheinlichen oder die denkbaren Optionen dieses Artikels. Erstens, das ist gar nicht Seymour Hersh, denn wie gesagt, wenn ich das richtig sehe, vielleicht bin ich ein Idiot und kenne mich mit Substack nicht aus. Aber für mich sieht es so aus, als ob hier zwei Einträge existieren, die beide gleichzeitig veröffentlicht wurden und das war's. Das heißt, und es ergibt keinen Grund, warum Seymour Hersh diesen Artikel auf Substack in einem neuen Blog eröffnen sollte und nicht an irgendeine Zeitung gibt, wenn er diese Reputation hat. Das heißt, Seymour Hersh, das ist A, erste Option 1, das ist gar nicht Seymour Hersh, sondern irgendeiner, der einfach nur schön schreiben kann. Dann ist die Geschichte klar Humbug. Option 2, es ist Seymour Hersh, er hat mit einem gesprochen, den er ordentlich verifiziert hat, der glaubwürdig ist, der vielleicht als Beteiligter glaubwürdig ist, der ihm sogar irgendwelche Fotos, Geheime zeigen konnte, die er gemacht hat, wo sie die Sprengladung vorbereiten oder ähnliches. Das heißt, er hat auf gut Deutsch ihn überprüft und diese Person hat aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aus politischen, weil die Person eine Involvierung Amerikas befürchtet und sich denkt, wenn ich das veröffentliche, wird Biden weg, gibt es ein Impeachment und dann kommt Trump oder was auch immer. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Dann wird die Regierung entweder gestoppt oder gar beseitigt und Amerika geht nicht in den Krieg. Wenn sie glauben, wenn sie beteiligt sind und sie glauben, ihr Land wird gerade aus falschen Gründen in den Dritten Weltkrieg gezogen, der Atomar endet, dann ist das ein verdammt gutes Argument, zu Seymour Hersh zu gehen. Option 2 also, glaubwürdiger Zeuge, echter Seymour Hersh, glaubwürdige Geschichte, Geschichte stimmt. Option 3, echter Seymour Hersh, Zeuge, aber Zeuge erzählt ihm Unsinn aus Ego-Gründen. Oder Zeuge ist nicht echt, ist ein Hacker, der eine Geschichte erfunden hat, der sich irgendeine E-Mail-Adresse verschafft hat, die echt wirkt und so weiter und so fort, der gefälschte Ausweise hat, was auch immer, der auf gut Deutsch Seymour Hersh hinter Licht geführt hat. Vierte Option wäre, was ein bisschen mit Option 3 gemeinsam wäre, nur im Dritten würde ich davon ausgehen, dass ein Einzeltäter aus irgendwelchen Gründen, welchen auch immer, vierte Option wäre. Das ist eine Informationskriegsführung, denn natürlich ein vernünftiger Geheimdienst ist zu sowas in der Lage und dass wir hier jetzt darüber reden, dass wir darüber reden, dass es wie Seymour Hersh oder wie es der Autor hier sagt, dass dies ein Kriegsakt wäre. Das bedeutet also, wenn der Glaube vermittelt wird, dass dies die USA waren, wenn sie es nicht waren, auch wenn sie es waren, ist natürlich genauso problematisch, aber wenn die Russen erschaffen sollten, dass eine Sprengladung, die nicht von den Amerikanern gelegt wurde, von den amerikanischen Verbündeten geglaubt wird, dass es die Amerikaner waren, dann haben die Russen einen riesigen Sieg erzielt. Das heißt, es wäre im Interesse der Russen so etwas zu tun, sei es vielleicht auch so einen Artikel hier, so einen Blog zu erstellen, sei es Seymour Hersh mit einem gefälschten Zeugen oder mit einem bestochenen Zeugen, der echt in Position ist, aber russischer Agent ist, von den Russen bezahlt wird, was auch immer, hinters Licht zu führen. Das heißt, ich habe jetzt 19 Minuten darüber geredet, Sie kennen meine langen Videos, ich hoffe, das war nicht zu chaotisch, ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, wie wir jetzt hier haben. Das Einzige, womit dieser Artikel steht und fällt, ist, dass er von Seymour Hersh ist und dass wir nicht erwarten, dass er wieder ins Klo gegriffen hat, wie mit einigen seiner letzten Artikeln, die investigativ waren, bei denen er ebenfalls nur eine anonyme Quelle hatte. Ist das jetzt irgendein Beweis? Ganz klar nein. Ganz ausdrücklich nein. Es gibt keinerlei Beweise. Die Geschichte ist, aktuell haben wir einige sehr große Fragezeichen, Fachleute bestreiten es, alle offiziellen Stellen streiten es ab. Gut, die würde man, wenn man dann eine Geheimaktion erwartet, sollten wir nicht überrascht sein, dass die CIA sagt, ne, waren wir nicht. Nur alles lebt allein von seiner Reputation und wir werden es jetzt beobachten müssen. Vielleicht kommt in 24 Stunden heraus, dass das gar nicht Seymour Hersh war, weil Seymour Hersh morgen im Fernsehen ein Interview gibt und sagt, wie bitte, was soll ich gesagt haben? Ich habe kein Substack, ich habe kein Internet, so ungefähr. Das wäre die eine Option oder wir werden es einfach beobachten müssen. Aber ist das jetzt irgendein Beweis? Nein, ganz klar nein. Und das ist nicht, weil ich böse amerikanisch bin, proamerikanisch bin und will, dass die Russen waren, sondern weil es keinen Beweis gibt. Es gibt für andere Theorien aktuell ebenfalls keinen Beweis. Das müssen wir ganz klar sagen. Wir haben hier eine sehr schöne Geschichte, eine wunderbar geschriebene Geschichte und in sich auch schlüssige Geschichte für eine amerikanische Beteiligung. Aber es ist nicht mehr als das. Es ist eine Geschichte. Das kann Romanplot sein, das kann Fantasie sein oder es kann die Realität sein. Wie gesagt, dafür, dass ich Ihnen sage, wir wissen es nicht so recht, habe ich jetzt 20 Minuten Ihrer Zeit geraubt. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, sondern Ihnen gefällt das Video, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Dieser Kanal ist natürlich nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, Sie wissen, Sie finden die Möglichkeiten in der Beschreibung. Hinterlassen Sie Kommentare. Was glauben Sie? Was halten Sie davon? Glauben Sie, Simon Hirsch und unter welchen Gründen? Aus welchen Gründen? Sehen Sie irgendwelche Belege, die ich übersehen habe? Sehen Sie irgendwas in dem Artikel, das ich übersehen habe? Denn ohne Beweise ist es halt für mich einfach nur eine Geschichte. Aber hinterlassen Sie Ihre Kommentare. All das hilft natürlich im Zweifelsfall auch mit dem Algorithmus. Und wenn Sie neu hier sind, würde ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren. Denn wir machen hier sehr viel über den Ukraine-Krieg, aber es wird auch über andere militärische, militärhistorische und historische Videos geben. Auch zur Geopolitik klicken Sie also die Glocke an, dass Sie keine Videos verpassen. Und wenn Ihnen das Ganze hier gefällt, teilen Sie es doch mit Ihren Freunden und Bekannten, damit der Kanal weiter wachsen kann. Das war es soweit von meiner Seite. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle herzliches Dankeschön an die Mitglieder des YouTube-Kanals sowie an die ganzen Patreons, die den Kanal beständig Monat für Monat unterstützen. Im Besonderen ein Dankeschön an den Patreon-Oberstleutnern Neil Highland, den Patreon-Leutnern Dekunjo und den Patreon-Leutnern Dr. Knut Brandes.